Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lil Blas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar bin ich heute wieder in Valorant drin, aber dieses Mal nicht mit Rihanna, sondern mit Killjoy. Mit Killjoy am Trainieren hier, man kennt's. Wenn ihr schon mal nichts verpasst wollt, gerne Abo-Button, Unlock-Aktion, um nichts zu verpassen. Geld auch noch oben da lassen, Leute, würde ich lieb so freuen. Und let's rock, was ihr gesagt habt. Mal gucken, ich hab heute noch gar nicht gespielt, also... Und der Herr soll you in B? Ich bin noch gar nicht eingespielt, gar nichts. Okay, Mike. X oder rechts. Das versucht... Zwei in B, ein Gegner in Druck. Nice. Möder Breist. Oh, können die sich vielleicht mal anstrengen? Lade nach. Die sollten vielleicht ihre Vorgehensweise überdenken. Ja, Bruder, wir sind halt stark, ne? Ja, was ist das? Bin dann mal weg! Ich würde nicht so hart offensiv reingehen. Wenn ich die wär. Lade nach! Nimm da! Ah, Leute, in der Ecke. Aber krass, trotzdem. Spike platziert! Ah, der Joro hat's echt nicht schlecht runtergespielt. Hat mich schon übelst weggefeuert. Ja, war da drin. Wunder, wunder. Welch ein Trieb. Könnte wieder ein Win werden. Ich will noch nichts predikten. Windstrahle heller als all ihre Radiance zusammen. Erstmal hier wieder schön die Waffe in die Hand nehmen. Man kennt's. Das war nicht mein Repotier gewesen. Ich wollte das nicht. Spike in B. Sie erwischt! Gegner B. Ein Gegner B. Einfach alle weggelasert, Digga. Wollmeister! Das ist eben wieder anders drauf. Eieieiei. Eieieieiei. Muss los! Sehr stark. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich bin dann mal weg. 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 Das sind die alle. Yo, alle A, Digga. Oh, that is a wall. Bike platziert. Letztendlich Verbündeter. So, ein Bot kann nur mit Odin spielen, Digga. Kann man nur dauernd mit Odin spielen, Digga. Ich weiß, was getan werden muss. Hä? Timestamps. Ah, Digga. Das ist ein Junge, stellt er hier jetzt richtige Statistiken auf, oder was? Oder was ist bei dem verkehrt? Muss ja mal chillen. Wer ist der Nächste? Yes, it's a... Schlecht, Digga. Also, ich bin dann mal weg. Hopp. Ja, ich bin dann mal weg. Med, med, med. One on. Die, die, die. Sie, sie, sie. Gegner bei A gesicht. Sie, 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 sie. Ich bin dann getötet. Sie, 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 sie. Sie, 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 sie. Spike in A. Ah, erinner meinte. Sie, 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 sie. oh my god Ich bin der Körper, ich bin der Körper. Ich bin der Körper, ich bin der Körper. Niiiiss, gut job! alles gut, hoff ich doch ja bruder ich spiel auch gut alter, 7-2 ist gut ich kann's halt geh den kotz dann geh ja hauptsache er spielt mit Odin Digga nicht zu viel nachdenken, das ist meine Aufgabe der Koffer mit B Spike in B ein Gegner übrig 142er Digga 3 3 3 meine Kraft versiegt wer Hilfe braucht ein bisschen veräumt, aber gut kann passieren kann passieren 9-3 Digga einfach Team-MVP man kennt die Team-MVP hier was schickt der hier alles ist aber chillen wieder ja ihr werdet meine Verbündeten nicht ihr werdet meine Verbündeten nicht Spike in A ach Digga jedes Mal 74 hat sie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 7 8 9 10 10 10 11 11 10 10 12 10 10 11 12 14 13 15 14 15 15 15 Entschuldig, Digga, das Lied dabei. Gegner in der Mitte. Gerade noch. Ihre Alarmbot. Wahrscheinlich, Digga. Der Typ trifft doch alles. Ja, Bruder. Letzter Leben der Verbündeter. Wahrscheinlich. Letzte Runde in dieser Hälfte. Chamber, was die Nanotechnologie für deine Waffen angeht, hast du da eventuell was übrig? Aus dem Weg. Gegner, bei welchen Verstöten. Ich glaube, der Alarmbot. Die, jetzt beginnt. Wahrscheinlich. Verdient. Verdient. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Ja, okay, das kann auch nicht jede Runde laufen, ne? Seitenwechsel. Matchpunkt. Matchpunkt. Nicht sterben. Wenn ihr da Hilfe braucht, einfach... ein 30er, Digga. Ja, ich bin nicht besser als dich. Hm. Mh. Ihre Nano-Schwank. Geht nach Ico. Ihre ausgelutschte Taktik konnte nicht ewig funktionieren. Tja. Das stimmt wohl. Oh sorry, ich reiß das mit der Classic wieder raus, Digga. Ja, man kennt's. Bling. Aus dem Weg! Geht nach bei Bege. Bling. Oh! Okay. Vielen Dank. Ich hab wieder reingeschissen. Ach, Digga. Ach, Digga, Operator. Nee, das ist ja richtig eklig. Da weiß ich jetzt schon, dass ich verkacken werde. Goh, nicht jetzt schon, weil ich Operator nicht spielen kann. Ich bin so scheiße da drin. Ich kann das nicht. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Oh, Elmeli, Kildschau. Go away, Kildschau. Noch 10 Sekunden. Nimm Ulti einfach. Nein! Was hat sie getan? Nein! Oh mein Gott. War das mies. Schade. War trotzdem nice try. War nice try. Egal. Dass ich den K.O. noch getroffen hab. Das war geil. Dass ich den noch getroffen hab. Oh mein Gott. Das ist so nice. Gucken wir mal was wir in der Auswertung kriegen. Weiß ich noch nicht. Na gut. Okay. Bisschen hoch. Ja. Ah es geht langsam hoch. Es geht langsam hoch. Na gut Leute. Dann würde ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe ich hat es mir gefallen. Gerne Abo-Button. Und Glocke aktivieren. Und nichts dazu verpassen. Würde mich freuen. Geht dann runterlassen. Leute würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst es mir in den Kommentar immer geil durch. Da würde ich sagen. Euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video Leute. Bye. 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 Bye.